So, da bin ich auch mal wieder zurück mit einem kleinen, aber ich finde persönlich wichtig im Infovideo, denn guckt euch mal meine Waffe an. Instabiler Bogen ist jetzt ein neuer Bogen, der im Spiel ist. Den bekommt ihr bei der netten Rebirth Raven. Deshalb gibt es wahrscheinlich auch die Aufgabe dazu, dass wir auch da hin sollen. Also, bei ihr könnt ihr einen instabilen Bogen bekommen. So, wenn ihr euch jetzt fragt, was dieser Bogen kann, achtet mal auf meinen Schuss. So, jetzt habe ich einen Feuerbogen. Jetzt ist es ein Impulsbogen. Jetzt ist es wieder ein Feuerbogen. Jetzt ist es wieder ein Impulsbogen. So, probieren wir mal den nächsten Schmuck aus. So, jetzt habe ich einen Stinkbogen. Also, der Bogen ist richtig nice, finde ich. Also, mit dem Bogen habt ihr halt zufällig immer irgendeine Variante von dem Bogen. Sei es Bogenbogen, den Gasbogen, was haben wir noch, Impulsbogen oder halt den Feuerbogen. Ich wollte einfach nur die Information ganz schnell raushauen. Habe es gerade nur so zufälligerweise gesehen. Ich habe mir heute noch keine Infos angeguckt, weil ich die ganzen Namer-Aufgaben gemacht habe. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und in dem Sinne, lasst gerne ein Like da, gerne auch ein Abo da lassen und haut rein.